für euch geht es gut nehmen jetzt schöne runde mario kart auf auf dem sonntag morgen so muss das sein let's go baby bowser genommen kein item ist das 200 mal voll schnell vor die erste runde erstmal warm werden ist klar dass die erste runde nicht so gut läuft aber ich sage euch das safe 200 oder so kommt mir voll schnell vor ey schieß doch mal die roten ab du idiot genau so ich die items durch der profi ich habe ein paar gesehen die auch online mario karts schieben und dann fahren die mit der mit der antenne das ist ja mal übel weg wer fährt da mit der antenne ich krieg schon seit 1000 jahren kein item das hat mir halt einfach gar nichts gebracht ne bin immer noch zum dach da ist auf jeden fall noch luft nach oben da ist noch luft nach oben my friends zur ruhe weiter daumen drücken wo ist denn der waluigi hin der hat gar keinen bock gehabt da wenn auch echter perfekte fahrer endlich auf dem ersten wo ich hingehöre sehr geil schön gegen baum ich bin kaum erster recken blauer in mein face und rot hinterher falls so viel spaß macht der hat ne troete vor mir ist klar setzt er sogar ein war es clever auf jeden fall kein item zu bekommen das war clever die bombe wäre es gewesen leute let's go so ich bin eben einfach dreimal runter gefallen was ist das ich bin einfach ich bin einfach ich bin einfach keine geilen item trotzdem nervig pilze bringen auf diesem also in diesem level auch gar nichts gut dass sie mir weggenommen werden ich bin einfach nie das ist ein wenig das ist ein wenig das ist ein wenig heilig gesagt der king kalle ist vorne ach noch nie passiert so was noch nie kommen pflanze gibt gas gibt alles was du hast könnte halt auch echt ruhig mal ein blauer kommen so weißt du kann überhaupt einer zweiter zufrieden aber ein blauer hätte ruhig mal kommen können ja da eigentlich ist die strecke für mich ganz schlecht weil ich habe gar kein top speed für mich ist die strecke gar nicht so optimal leider aber gutes fahren setzt sich durch wie wir alle wissen kann ich das trotzdem gewinnen ich glaube ich habe eingetroffen banane und dann blauer ich habe da einen blauen gehört kardi gönn dir den blauen ha pausa ist überschnell zweiter go 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 das war's weiß ich wieso aber ich bin erster ich sehe gar nichts getroffen natürlich werde ich vor einem stern getroffen ficken alter ich war zweiter mann knapps ding ich bin Bis zum nächsten Mal.